Herzlich Willkommen bei Linux Tech Tips! Jetzt auch mit ein bisschen besserem Ton. Ich habe hier noch ein anderes Mikrofon aufgebaut und den einen Rechner hier hinter mir ausgemacht. Den habe ich gestern schon mal zusammengebaut und der ist ziemlich laut, weil das so einen kleinen Lüfter hat, der ziemlich schnell dreht. Ja und jetzt sind hier andere Bauteile gekommen und zwar drei Noctua Lüfter für den Sockel 2011. Das ist für Serverprozessoren gedacht und ich habe hier von Ebay so ein paar Prozessoren gekauft. Das hat mich wieder etwas getriggert, dass die Xeon Serverprozessoren so unglaublich billig sind, wenn die so ein paar Generationen alt sind. Ist natürlich klar, weil die ganzen Rechenzentren, die alle paar Jahre austauschen, drei oder fünf Jahre, so oft, so lange geht meistens der Supportvertrag mit den Serverherstellern. Und dann ist der Support teurer, den zu verlängern, als wenn man einen neuen Server kauft. Das ist ein bisschen verrückt, aber das ist so. Und deswegen kriegt man Server, die immer noch sehr gut funktionieren, aber vielleicht nicht mehr so super zuverlässig sind für ganz, ganz, ganz wenig Geld. Das ist kompletter Wahnsinn und da kann ich mich dann halt auch nicht zurückhalten und habe dann halt auf Ebay mal ein paar Prozessoren in meinen Warenkorb gelegt. Und damit man damit irgendwas anfangen kann, braucht man natürlich auch andere Komponenten für einen Computer, nämlich ein Mainboard. Und das letzte Mal, als ich nach Prozessoren geguckt habe und schon mal auf diesem Trip war, da waren alle Mainboards immer sehr teuer, habe ich mal geschaut, was gibt es da für Mainboards für diesen Sockel. Und habe da gesehen, es gibt ein Board zum Sofortkauf auf Ebay für 100 Euro. Und da konnte ich sogar zwei CPUs reintun, das hat also zwei CPU Sockel. Da habe ich natürlich dann direkt auch zugeschlagen und mir ein Match-Pair von Prozessoren gekauft. Das sind zwei Prozessoren, die aufeinander abgestimmt sind, die 100% identisch sind und die getestet sind zusammen. Das heißt, die funktionieren in einem Computer zusammen und man hat einfach die doppelte Rechenleistung, mehr oder weniger. Die müssen sich natürlich auch so ein bisschen koordinieren, wenn die zusammen an einer Sache rechnen, aber das braucht nur Minimalrechenleistung, wenn man vergleicht, was die aktuell an Rechenleistung haben. Und das ist nämlich kompletter Wahnsinn, denn die CPUs, die ich dafür gekauft habe, die haben 10 Kerne, 10 CPU-Kerne. Und Hyper-Threading, das bedeutet, dass die effektiv 20 Threads haben, jeweils. Das heißt, insgesamt werde ich in diesem Computersystem 40 Threads haben. Da brauche ich natürlich auch Kühler für und deswegen habe ich einfach mal drei Kühler bestellt, weil ich auch drei Prozessoren bestellt habe mit dem Sockel 2011. Nachdem ich den ganzen Kram bestellt habe, habe ich irgendwie gedacht, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ich brauche das alles gar nicht. Tatsächlich, die letzten zwei Jahre ist dieses Syncpad mein Hauptcomputer. Und das habe ich angeschlossen an einen 19 Zoll Bildschirm, immerhin 16 zu 9 Format. Und damit arbeite ich einfach, das funktioniert für mich. Ich komme immer wieder ans Limit von dem RAM, weil ich habe da nur 8 GB RAM drin. Könnte ich natürlich aufrüsten, aber letztendlich ist das gar nicht so gedacht. Tatsächlich habe ich das Notebook nur für Kommunikationszwecke gekauft. Also für Chat und E-Mails schreiben und vielleicht mal Texte schreiben im Blog oder für unterwegs. Oder halt um da eine Videokonferenz drauf laufen zu haben, während der Hauptrechner davon unabhängig ist. Und wenn der Hauptrechner mal hängt, hängt die Videokonferenz nicht. Dafür war dieses Notebook gedacht. Ich habe das auch gebraucht gekauft für 170 Euro. War auch ein ganz gutes Angebot. Die gibt es teilweise für 150, aber auch teilweise für 200. Also so dazwischen. Ich habe jetzt alle Komponenten da, um den Computer mit zwei CPU Sockel zu bauen. Die Lüfter. Eine SSD. Noch eine SSD für den weiteren Rechner. Und ich habe noch einen Switch mitgenommen. Krass wie klein der ist. Und krass wie billig der war. Es ist absolut Wahnsinn, wie billig der ganze Kram mittlerweile ist. Vor ein paar Jahren habe ich noch 50 Euro für so einen 8-Port-Switch Gigabit bezahlt. Und jetzt unter 20. Wahnsinn. Das Board mit zwei Sockeln. Da habe ich mir gedacht, da brauche ich mir eine Workstation draus. Um einfach mal zu gucken, was man, wenn man massive Parallelität hat, was man da alles Schönes machen kann. Zum Beispiel glaube ich, wenn man Sachen kompiliert, zum Beispiel Linux Kernel und das auf alle Kerne verteilt werden kann, dann sollte das den Prozess ordentlich beschleunigen. Ja, jetzt fange ich mal an, den Computer zu bauen. Darum soll es in dieser Sendung von Linux Tech Tips gehen. Und das ist selbstverständlich eine Anspielung an Linus Tech Tips. Und am Anfang habe ich hier schon mal den Witz eingebaut, dass ich die SSDs fallen lasse. Das macht Linus auch sehr gerne. Das war schon mal großartig. Ich hatte mir gedacht, das wäre cool, wenn das passiert. Und habe die extra ganz oben drauf gelegt auf diesen wackeligen Turm. Und tatsächlich ist es passiert, als ich es abgesetzt habe. Großartig. Ich weiß nicht, ob ich hier noch mehr Gags einbauen kann, dass es als Parodie gilt. Aber auf jeden Fall ist das hier mal eine Sendung von Linux Tech Tips. Großartig, das wollte ich schon seit langem machen. Das war ein langes Intro, aber das ist auch ein komplexes Thema. Da braucht es ein bisschen Erklärung. Aber jetzt geht es auch schon los mit dem Video. Aber vorher noch das Produkt von unserem Sponsor. Und zwar Jimmy Joy. Das ist ein Nahrungspulver oder ein Shake. Das Produkt heißt Plenyshake. Und das hat 100% der Nährstoffe, die man braucht. Hat 26 Vitamine und Mineralien drin. Und 100 Gramm Proteine. Und ist komplett vegan. Also pflanzenbasiert. Hier ist das Pulver drin. Da kann man sich ein Shake zubereiten. Und dann kann man das als Ersatz für eine Mahlzeit nehmen. Ich benutze das jetzt seit 5 Wochen und ernähre mich fast nur noch damit. Und das funktioniert wunderbar. Ich habe zwischendrin eine Tiefkühlpizza, mal Nudeln mit Soße und einmal Eintopf gemacht. Aber ansonsten habe ich mich tatsächlich 5 Wochen nur davon ernährt. Und das funktioniert wunderbar. Was ich gerade gezeigt habe, das war der Vanillegeschmack. Den kann ich eigentlich jeden Tag essen, weil der sehr neutral ist. Ansonsten gibt es noch andere wie Erdbeer oder Mango. Da muss man wirklich in der Stimmung sein. Und Schokolade schmeckt mir gar nicht. Das habe ich sogar wieder zurückgeschickt. Ansonsten gibt es hier noch den Plenty Drink. Das ist direkt zubereitet mit Wasser. Kann man schütteln. Und direkt konsumieren. Ja, natürlich habe ich keine Sponsoren. Das war natürlich ein Witz. Ich bin nicht käuflich. Und das Produkt habe ich mir selber gekauft. Und bin tatsächlich davon überzeugt. So, dass ich jetzt auch ein Abo abgeschlossen habe. Da spart man nochmal 15%. Und das kann man jederzeit kündigen. Deswegen habe ich das mal gemacht. Und das kommt jetzt immer. Das heißt, ich muss mich um Essen überhaupt nicht mehr sorgen. Das Essen wird nach Hause geliefert. Ich muss mir nicht überlegen, was ich esse. Und Zubereitung geht in wenigen Minuten. Und hiermit gibt es gar keine Zubereitung. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen teurer. Wenn man unterwegs ist, ist das auf jeden Fall super praktisch. Ansonsten kann man sich einfach den Shape zubereiten. Jetzt geht es aber wirklich los. Und zwar nehme ich das mal als Unterlage hier zum Arbeiten. Und dann sind hier die Bauteile, die schon mal gekommen sind. Am besten immer nur am Rand anfassen, das Mainboard. Und das hat 8 RAM-Steckplätze. Das ist ziemlich geil. Und ich habe natürlich auch passend 8x8 GB RAM gekauft. War auch nicht so ganz günstig. Hat auch 200 Euro gekostet. Aber im Prinzip war es trotzdem sehr günstig. Weil die ansonsten sehr viel mehr kosten. So, was hat der Verkäufer hier gemacht? Taschentücher. Ja, damit da kein Staub rein gerät oder sowas. Nicht schlecht. So, und was haben wir hier? Hier auch wieder am Rand anfassen. Und zwar haben wir das hier so ein bisschen E5 2660. E5 2660 V3. So, und dann ist immer die Frage, wie rum gehört das da rein? Ich glaube, das war... Passt das überhaupt? Also hier ist da so ein Teil. Hm, passt das überhaupt? Das ist eine gute Frage. Ich probiere einfach mal. Ah, scheiße. Also da braucht man etwas ruhige Hände. Also das sitzt schon mal. Also ich glaube, der Punkt muss immer oben links. Das war gestern auch so beim anderen Board. Aber es war ein komplett anderer Sockel. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher. Und wenn es gleich alles durchbrennt, dann wissen wir, dass es falsch war. Aber... Aber... Meistens ist es so, wenn es passt, ist es richtig. Ähm... Das verhackt sich hier ein bisschen. Wahrscheinlich, weil man den hier erst aufmachen muss. Ja... Und jetzt geht er auch auf. Wie passend. Hat jemand mitgedacht beim Design dieser Hardware. So... Hier haben wir wieder so ein Tuch. Und den anderen Prozessor. Das ist wie gesagt ein Matched Pair. Das heißt, sie sind aufeinander abgestimmt. Die funktionieren zusammen, sind zusammen getestet. Und deswegen ist auch das ein E5 2660 V3. Und... Ist der hier jetzt spiegelverkehrt oder was? Oder muss der auch so rum rein? Also hier sind ja solche Ecken an der Seite. Aber hier drauf nicht. Das verunsichert mich ein wenig. Ich hatte so einen anderen Prozessor. Da war das... So... Aber hier an der Seite sind ja solche Sachen. Egal. Ich probiere einfach, ob es so passt. Wenn nicht, dann... Ah, das geht nicht. Seht da mal. Dann... Einmal umdrehen. Und das funktioniert. Wunderbar. Ähm... Der zuerst... Oder der zuerst. Ja, dieser zuerst. Genau. Andersrum geht es auch gar nicht. Als nächstes den RAM. Sieht man hier irgendwas? 8 GB PC4 2133. Gut. Und auch der RAM passt wieder nur in eine Richtung rein. Die kann man hier so aufmachen. Aber ihr wisst wahrscheinlich, wie ihr ein Computer zusammenbaut, wenn ihr so ein Video hier anschaut. Und wahrscheinlich könnt ihr das sogar besser als ich und seid nicht so ungeschickt. Das hier muss man schon mit ein bisschen Gewalt runterdrücken, dass das einrastet. Und bei diesen Serverboards, da geht das glaube ich auch immer nur in eine Richtung auf. Das ist ein bisschen verwirrend vielleicht. Genau. Der RAM hat hier so einen Schlitz und dieser Abstand ist ein bisschen kleiner als der hier. Das heißt, der geht auch nur in eine Richtung rein. Also auch da kann man wieder nichts falsch machen. Genau. Jetzt habe ich es versucht. Aber es geht nicht. Man kann es nicht falsch machen. Und wirklich mit ein bisschen Kraft runterdrucken, bis es Klick macht. Dann ist er drin. Und wenn es nicht funktioniert, dann habt ihr das irgendwie verhakt und schief reingemacht. Dann auf keinen Fall mehr Gewalt anwenden, sondern nochmal raus und nochmal neu versuchen. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, bekommt man da ein Gefühl für. Ich bin handwerklich nicht besonders begabt. Und so hakelige Sachen da tue ich mich immer etwas schwer. Manchmal fällt mir eine CPU aufs Board oder so. Aber hoffen wir mal, dass da nichts komplett gegangen ist. Aber eigentlich ist das alles hier relativ robust. So. Rammer und CPUs sind drin. Jetzt brauchen die CPUs noch einen Kühler. So. Hier haben wir das Zubehör. Einmal Wärmeleitpaste. Das ist sehr gut. Meine letzte ist leer. Was ist das denn für ein komisches Paket hier? Muss man das so aufmachen? Ah! Es ist einfach sehr gut verpackt. Interessante Verpackung. So. Der Kühler sollte es nicht aufs Board knallen. Das wäre ein bisschen dumm. Ja. Einen schönen eckigen Kühler. Der nimmt dann nicht so viel Platz weg und passt natürlich. Ist nur die Frage, wie rum. Okay. Im Board ist die Schrift von der Richtung. Dann werde ich hier die Schrift auch mal in der Richtung machen. Vielleicht hat das ja einen Sinn. Hä. Ich weiß es nicht. Ich hab da keine Ahnung von dem, was ich hier tue. Naja, ein bisschen schon. Es reicht, damit ich das hinkriege. Ich hab das tatsächlich auch schon mal beruflich gemacht. Computer repariert und sowas. Nicht unbedingt neu zusammengebaut. Aber so. Gebrauchte Rechner und Notebooks repariert. Der ist hier wieder. Schön eingepackt. Und auch den wieder mit der Schrift in die Richtung. Gut. Dann haben wir hier die beiden Kühler. Hier ist noch ein Plastikstück, damit das hier nicht verstaubt. Und das sind natürlich gebrauchte CPUs, die sind verstaubt. Deswegen hilft das, wenn man die einmal mit Alkohol abwischt. Ich hab hier so richtig olles, verranztes Reinigungstuch. Keine Ahnung, ob da das herkommt. Auf jeden Fall ist das 70% Alkohol. Der Rest ist glaube ich Wasser. Und das kann man verwenden. Also der Plan ist das hier abwaschen. Abputzen damit einmal. Dann Wärmeleitpaste drauf machen. Dann verstreichen. Ganz wichtig. Hab ich letztes Mal vergessen. War nicht gut. Das musste ich dann nochmal abmachen. Sehr nervig. Hier hab ich schon mal so ein verbrauchtes Tuch. Oder verbrauchtes Papier. Es ist immer ganz gut, wenn man das Papier faltet. Das hab ich gestern gelernt von einem Freund. Einfach ein Stück Papier nebenfalten. Und dann kann man es damit sehr gut verstreichen. Oder kann ich das hier nochmal verwenden. Ich kann es einfach so machen. Und dann kann ich es hiermit so verstreichen. Ein schön feuchtes Tuch. Ein bisschen vergilbt schon. Richtig versischt alles hier. Schön. Und der Alkohol verdampft jetzt einfach. Und überbleibt eine richtig saugere Fläche. Wunderbar. Wärmeleitpaste. Das ist jetzt das zweite Mal im Leben, dass ich glaube ich Wärmeleitpaste verwende. Oder vielleicht habe ich das auch schon mal vor ein paar Jahren gemacht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe das gestern schon mal falsch gemacht. Und musste dann alles nochmal neu machen. Oder nochmal verstreichen. Also nochmal alles abschrauben. Sehr nervig. So. So, und da ist es auch schon leer. Aber reicht für zwei CPUs. Sehr gut. Und dann verstreiche ich das. Am besten sehr gleichmäßig. Überall alles bedecken, glaube ich. Ich bin da wie gesagt auch kein Profi. Also dieses Loch, das sollte ich vielleicht nicht bedecken. Ich weiß es nicht. Da bin ich mir jetzt schon wieder unsicher. Ich mache das hier mal so ein bisschen drumherum. Gut. Und dann diesen hier. Diese CPU. Also wenn man hier so ein bisschen dran kommt, das ist nicht schlimm. Da passiert erstmal nichts. Ist halt alles ein bisschen versifft dann. Aber funktionieren tut es trotzdem. So. Hier ein bisschen drumherum, glaube ich. Das ist ganz gut. Am Rand so. Nicht direkt ins Loch rein. Aber da ist jetzt auch schon was drin im Loch. Ich weiß wie gesagt nicht, ob das schlimm ist. So. Das ist, glaube ich, sehr glatt hier. Alles schön gemacht. Und dann kommen die Kühler drauf. So. Gucken, dass es gerade drauf kommt. Und dann festschrauben. Durch den Druck wird das auch nochmal ein bisschen verteilt, die Wärmedeipaste. So. Erstmal ein bisschen anschrauben. Noch nicht festziehen. Erstmal auf alle vier Seiten, dass das überhaupt im Loch ist und dass das alles richtig gerade sitzt. So. Das sitzt jetzt schon mal ganz gut. Kann noch ein bisschen fester ziehen, bis man da einen Widerstand spürt. Ah, jetzt ist das auch fest. Jetzt kann ich nicht weiter drehen. Ich glaube, das ist dann richtig. Aber nehmt das hier nicht als Anleitung. Nehmt das von mir aus als Unterhaltung oder dass ihr mal seht, wie ich das mache. Nehmt mich da nicht als Vorbild oder irgendwas. Aber ihr wisst schon mal grob, wie das funktioniert dann. Ah. Ein bisschen verhackt, dass sich. So. Das ist schon mal fest. Jetzt haben wir hier das Kabel. Wo kommt das hin? Was ist das hier? Rear Fan 2, Rear Fan 1, CPU Fan 2. Ich schätze mal, das ist CPU Fan 2. Das könnte natürlich auch ein Nickname sein oder irgendwas. So. Jetzt kann man da vielleicht so ein bisschen da drunter machen, dass das hier nicht direkt in den Luftfluss geht. Gut. Und CPU Fan 1 hier. Wunderbar. Und die zweite CPU. Auch wieder gucken, dass die richtig rum ist. Gut. Das hält alles rum fest. So. Das ist schon fast ein Computer. Was braucht man jetzt noch für einen Computer? Eine Festplatte braucht man noch. Hier ist schon mal ein Linux vorinstalliert. Direkt passend reingemacht. Das ist eine SSD. Das heißt, die kann hier einfach locker rumfliegen. Das macht ja nichts. Da sind keine mechanischen Teile drin, die sich irgendwie bewegen. Im Gegensatz zu einer Festplatte. So. Ich glaube, das ist schon mal fast ein Computer. Grafikausgang hat der. Das heißt, man kann hier mal ein Bildschirm holen. Dann sieht man vielleicht auch irgendwas. Doch so rum. Gut. Und, ja. Eine Tastatur oder sowas. Kann auch nicht schaden. Sogar USB 3. Nicht schlecht. Und, die Maus geht noch mit PS2 angeschlossen. Ich habe gerade keine andere freie Maus. Die anderen sind alle in Benutzung. So. Der Bildschirm hat Strom. Aber unser Board noch nicht. Das bedeutet, wir brauchen noch ein Netzteil. Weil zwei CPUs relativ viel Strom brauchen, habe ich hier mal ein 550 Watt. Das sollte vollkommen ausreichen. Puh. Was kommt da denn raus? Ganz viel Stau. Boah. Da kommt Schnee raus. Alles in die Tastatur. Puh. Na ja. Also das ist gebraucht. Hat mir ein Freund ausgeliehen, weil das 700 Watt Netzteil, was ich bei Reichelt bestellt habe, das ist immer noch nicht da, weil das gar nicht lieferbar war jetzt. Das braucht irgendwie ewig bei denen. So. Hier ist dieser Hauptanschluss für das Mainboard. Dieser dicke hier. Fragt mich nicht wieder heiß. Auch hier wieder, wenn es Klick macht, ist es richtig. Und dann haben wir hier noch so einen. Der passt da rein. Was ist das? Ich weiß es nicht. EATX 12 Volt 1. Mach ich dich mal da rein. Haben wir noch einen zweiten. So. Hier habe ich noch einen zweiten EATX Stecker. Keine Ahnung was das soll, aber ich stecke das hier einfach mal rein. 12 Volt Dummy 1. Hm. Braucht man das? Ich weiß es nicht. Aber schaden kann es wahrscheinlich nicht. So. So, dann brauche ich hier noch einmal Strom für meine SATA Platte. Da ist das hier das passende. So. Wie gesagt, das kann hier einfach so rumfliegen. Das ist okay. Wahrscheinlich kommt hier erstmal eine riesen Staubwolke raus, wenn ich das einschalte. Ich mache das mal in diese Richtung. Obwohl dann wird es aus ganzem Bord geblasen. So. Dann brauchen wir hier noch Strom. Hier habe ich schon mal so einen Stecker. Das ist hier hinten an so einer Strom-Messteil. Da sehe ich wie viel Watt das verbraucht. Der Rechner. So. Und dann ist das jetzt im Prinzip ein Computer. Dann. Feuer frei. Hat der einen Anschalter? Oder muss ich den verkabeln? Hm. Was ist das? Weiß ich nicht, was das ist. Also ich sehe hier keinen Einschalter, wenn das hier keiner ist. Aber es leuchtet schon mal. Ich würde das ja jetzt gerne anmachen. Aber ich weiß leider nicht wie. Hm. Da gab es halt auch keine Anleitung dazu. Aber die gibt es natürlich im Internet. Muss ich hier etwa die Anleitung lesen? Ich habe alles hingekriegt. Nur starten schaffe ich es nicht. Das ärgert mich ein wenig. Theoretisch müsste ich hier nur zwei Pins kurzschließen. Und dann startet das. Aber wenn es die falschen sind, brennt vielleicht irgendwas durch. Das ist etwas riskant. Das möchte ich nicht machen. Ah. BK Powerswitch. Tut aber nichts. Also das Mainbird hätte einen Powerswitch. Der funktioniert aber nicht. Ja. Dann muss ich jetzt erstmal recherchieren. So. Dann müsste hier unten irgendwo. Panel 1. Was ist denn da Panel 1? Das da. Da. Ja. Also das muss diese Leiste sein. Genau. Also ich mache den Strom nochmal aus. Und dann. Ich habe hier diesen Stecker gefunden. Deren nächstes. Und dann der. Und dann. Ah. Deren nächstes. Der. Deren. Und der nächste. So. Dann mache ich das Netzteil wieder an. Und starte das Gerät. mit. Da passiert nichts. Dann probiere ich mal hier mit. Hm. Das lässt sich nicht starten. Das Mainboard. Auch mit dem richtigen Power Button. nicht. Ist hier irgendeiner der Jumper komisch eingestellt. Das wäre es ja jetzt noch. Ach. Ich weiß es doch nicht. Das ist doch jetzt hier alles angeschlossen. Oder darf der irgendwas nicht. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Also. Ich hatte im Manual den Power On Switch gefunden. Das hier müsste auch einer sein. Ja. Hier ist auch einer auf dem Board. Aber. Da ist gar nichts passiert. Weil ich hatte hier nicht genug Strom. Für beide CPUs. Und. Jetzt musste ich hier zwei verschiedene Netzteile anschließen. 6. Damit ich hier genug Strom habe. 6. 6 gibt es wieder nicht. Das kann doch nicht sein, dass es das nicht gibt, was da angezeigt wird. Legacy Option ROM edit. 0.0. Checkt das nicht durch oder irgendwas? Was ist mit den CPU Lüftern? Warum gehen die nicht an? Also brennen jetzt gerade die? Oh. Oh. Die CPU Lüfter laufen. Die sind nur mega leise. Man hört sie gar nicht. Wie krass ist das denn bitte? Aber die Lüfter werden irgendwie ganz schön warm. Also das Board läuft anscheinend. Ah. Meine Festplatte hat gar keinen Strom. Vielleicht kann er deswegen von der Festplatte nicht booten. Trotzdem sollte man hier eigentlich ins BIOS kommen. Aber dann schließe ich doch mal die Festplatte an. Wessen Kabel ist das hier? Ach, wessen Kabel die alle nur so rumfliegen? Was haben wir hier? Das sieht mir vernünftig aus. So. So. Und jetzt booten wir doch mal von dieser SSD. Ähm. Ist hier der richtige Channel ausgewählt? Ah. Da passiert was. Hey. Da passiert was. Wow. SSD erkannt. Memory. 65.000. Also 65 Gigabyte. Und jetzt bootet der. Hey. Wow. Und es wird ein Nix OS gebootet. Das ist übrigens meine Lieblings-Linux-Distro. Und das sieht ganz gut aus. Ich weiß nur nicht, warum der Lüfter nicht lüftet. Oder mehr lüftet als jetzt. Aber ich werde gleich mal schauen, was die Temperatur sagt. Dann brauche ich noch ein LAN-Kabel hier. Weil hier habe ich das Management-Interface. Und das andere ist das normale LAN-Anschluss. Klick. Und nochmal. Klick. 0,0 bedeutet wohl, dass er einfach läuft. Der Rechner. Und was haben wir jetzt hier? Passiert da irgendwas? Oder hängt er jetzt? Das scheint noch zu laufen. Also hier kommt schon ziemlich warme Luft. Oh, der wird ziemlich warm. Ähm. Also hier habe ich eine Konsole. Grafische Oberfläche scheint etwas Probleme zu machen. Nein. Ähm. Perl. Perl. Sensoren. 60 Grad. Blüft vielleicht noch? 90 ist critical. Aber die Blüte heißt schon ganz schön warm, was ja im Luft rauskommt. Aber sehr, sehr, sehr warm. Der verbrennt an sich ja schon. Macht er denn irgendwas? Der rechnet unter Volllast. Dafür ist die Temperatur eventuell okay. Trotzdem wäre es mir lieber, wenn der Lüfter ein bisschen aufdreht. Und da habe ich jetzt 40 Threads. Wie krass ist das denn bitte? So, jetzt läuft der Rechner. Grund, dass er gerade nicht gestartet ist, war, dass ich hier einen e-ATX Stecker bräuchte für das Netzteil. Aber davon habe ich nur einen. Und ich hatte da einen anderen reingesteckt, der zwar reinpasste, aber der hatte nur drei Kabel und nicht vier. Und deswegen ist das Mainboard dann gar nicht erst gestartet. Wenn ich den einen weglasse, dann funktioniert es jetzt. Dafür musste ich allerdings das gesamte Handbuch durchlesen. Und das hat ein paar Stunden gedauert. Ja. Wie gesagt, jetzt läuft der Rechner. Und er rechnet auch ganz gut. Temperatur bleibt so bei 70, 80 Grad. Das ist noch voll im Rahmen. Dann schauen wir uns jetzt nochmal die Preise der Komponenten an. Das Mainboard von Asus habe ich, wie gesagt, für etwa 100 Euro gebraucht gefunden. Neue Preise habe ich zwischen 610 und 1100 Euro gefunden. Also ein sehr gutes Schnäppchen. Die beiden Intel Prozessoren sind ein Matched Pair. Das bedeutet, dass sie 100% identisch sind und aufeinander abgestimmt sind. Ich habe sie bei Ebay für 200 Euro gefunden, bei einem Händler aus China. Ich habe nicht so viele neue Angebote gefunden, weil sie auch schon etwas älter sind, nämlich von Ende 2014. Das heißt, die CPUs und das Mainboard sind etwa 5 Jahre alt. Die Angebote, die ich gefunden habe für die CPUs, waren etwa 1500 Euro einzeln. Das heißt, als Matched Pair würden sie mindestens 3000 Euro kosten. Ich schätze aber nochmal 10% mehr. An der Kühlung wollte ich nicht sparen, deswegen habe ich mich für Noctua entschieden. Mit denen habe ich schon sehr gute Erfahrungen, was die Kühlleistung und die Qualität angeht. Zwei neue Kühler haben zusammen etwa 110 Euro gekostet. Beim RAM habe ich ebenfalls ein sehr gutes Angebot gefunden, nämlich 8 8GB Riegel für zusammen 200 Euro. Neu kostet ein Riegel etwa 100 Euro, was zusammen 800 Euro macht. Bei SSDs gibt es nicht wirklich gute gebrauchte Angebote, weil die Technik sich so schnell weiterentwickelt und die neuen Artikel sogar günstiger sind als die gebrauchten. Deswegen habe ich hier eine neue SSD gekauft mit 500 GB für 74 Euro. Das ist, würde ich sagen, auch ein gutes Angebot. Beim Netzteil habe ich mich für einen Be Quiet entschieden. Damit habe ich auch schon sehr gute Erfahrungen. Die sind sehr langlebig, funktionieren zuverlässig und deswegen kann man hier, glaube ich, auch ganz gut gebraucht kaufen. Ich habe da etwa die Hälfte gespart, nämlich 35 Euro im Vergleich zu 67 Euro neu. Ich habe also insgesamt für dieses Gerät etwa 719 Euro bezahlt und wenn man alle Komponenten neu gekauft hätte, hätte es etwa 4.661 Euro gekostet. Ich habe also etwa 4.000 Euro gespart. Du fragst dich jetzt vielleicht, Moment mal, im Titel steht doch unter 500 Euro, das sind jetzt aber über 700 Euro. Okay, dann schauen wir mal, wo man hier noch sparen kann. Nachdem ich die Komponenten gekauft hatte, hatte ich ein Review zu diesem Mainboard angeschaut und dort wurde es mit einem anderen Mainboard aus China verglichen. Das habe ich mir dann auch nochmal angeschaut und das gab es ebenfalls für 100 Euro, allerdings neu. Das hatte den interessanten Namen Den Artikel habe ich so bei AliExpress gefunden. Das Witzige ist, dass sie die Seite auch auf Deutsch anbieten und scheinbar alles automatisch übersetzt haben. Ich habe keine Ahnung, was das vorher war. Eating Cock Game? Im Englischen heißt es Eating Chicken Game. Vermutlich war es aus dem Chinesischen übersetzt und da macht das irgendeinen Sinn. Hier konnte ich kein Geld sparen, allerdings nochmal einen anderen Hersteller ausprobieren. Die CPUs sind schon ein sehr gutes Angebot, da habe ich auch kein besseres gefunden. Deswegen habe ich einfach die gleichen CPUs nochmal bestellt. Für einen Kühler habe ich auch nochmal bei AliExpress geschaut und tatsächlich einen gefunden, der sehr gut aussah. Der hatte den interessanten Namen hohe Qualität 4-Pin-CPU-Kühler 2011 6-Heatpipe-Dual-Turm Kühlung 9cm Lüfter Der ist im Prinzip ähnlich wie der von Noctua, der hat auch einen 9cm Lüfter. Allerdings gehen die Heatpipes bis auf die CPU runter. Das sieht schon mal sehr gut aus. Zwei dieser Kühler kosten zusammen 37 Euro, was ein sehr gutes Angebot ist im Vergleich zu 110 Euro bei den Noctua Kühlern. Der RAM war ebenfalls schon ein sehr gutes Angebot, deswegen kann man nur sparen, indem man weniger RAM benutzt. Aktuell wird auf den Geräten 5 GB RAM verwendet, das heißt 64 GB RAM ist nicht wirklich notwendig. Deswegen habe ich die RAM-Riegel auf die beiden Geräte verteilt, sodass jeder 32 GB RAM hat, mit 4 Riegeln. Also kostet der RAM pro Gerät etwa 100 Euro. Die SSD war ebenfalls schon ein sehr gutes Angebot, deswegen kann man hier nur sparen, indem man weniger Speicher kauft. Ich habe mich hier für eine 120 GB SSD entschieden, die 27 Euro kostet. Das ist ziemlicher Wahnsinn, ich glaube so günstig gab es noch keine neue SSD. Und damit kommen wir für den zweiten Computer zu einem Gesamtpreis von 464 Euro und das ist unter 500 Euro. Wenn man hier alle Komponenten neu gekauft hätte, wären es zusammen 3564 Euro. Also auch hier konnte man etwa 3000 Euro sparen. Wahnsinn! Das Video geht jetzt schon sehr lange, deswegen geht es weiter im zweiten Teil. Dort werde ich zeigen, wie man ein Betriebssystem installiert und Boing einrichtet, um darauf wissenschaftliche Berechnungen durchzuführen.